Nee, warte mal, wir machen das ganz anders. Guck mal, jetzt. Wir machen Zweifel daraus. Du kannst einfach, warte, Moment. Du kannst aus dem anderen Wasserbecken das Wasser gehen. Wir können natürlich aus dem einen Becken das Wasser rausnehmen und es dann da reinfüllen. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, das muss ich trotzdem gehen. Ja, aber da hast du wenigstens einmal laufen gesperrt. Huhu! Und hier, der Zaun habe ich so gebaut, dass man hier so ein integriertes Jump'n'Run drin hat. Du hast mich gar nicht so anzuschauen. Das war von drum aus mit mir gewollt. Und rein muss man dann nach vorne. Ich würde einfach sagen, wir machen Gattern. Ja, aber dafür müsste ich jetzt an die Werkbank gehen und dann craften. Asymmetri. Wo? Okay, ich guck mal dahinten. Hier vorne ist eins und dahin sind zwei. Wo eins und zwei? Da ist eins. Zum Sehen. Wie kann man dahin? Da sind zwei. Du kannst es mir kaum zeigen, weil der Bildschirm da... Der da. Nein, guck mal nach hinten. Da sind zwei. Da vorne ist eins. Ja. Aber ich muss da hinten noch ein Weg hin. Das... Nee, nee, ja, ja, da will ich ein Weg hin machen. Da möchte ich den Weg hin, ja. Pfeifendeckel da. Warum hast du jetzt Wasser geholt? Der schöne Eimer. Ich habe den immer bei den Zaun werfen können. Wie lame war das denn jetzt? So, hier können wir eigentlich auch wieder... Äh... zusammen erden. Ich schau mich nicht so an. Sie guck mich immer so vorwurfsvoll an. Alter. Komm, hier, rein da. Boah, Alter, wird es wieder laut, ne? Ach, nee. Ich höre eh nichts. Ich muss jetzt auf einer Seite schon die Kopfhörer rausmachen. Also so praktisch hier so auf die Seite tun, damit ich mich selbst doch überhaupt hören kann. So, warte, damit es mich vollen lässt. Ja, ich schau mich so an. Hm. Komm, jetzt brauche ich mal hier hin. Weil ich will hier dann die... Die Samen rein tun. Wo sind denn die? Habe ich die hier drinnen oder sind die in der Hüttel? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die sind unten. So genau weiß ich das nicht. Ich gucke dir deine scheiß Dämpfe aus. Ja, klar. Huch, ich kann nicht mal laufen. Da, 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 da. Melonenkerne. Warte mal, wie muss man die jetzt... Alter, ich bin Hunger. Immer eins freilassen. Immer eins freilassen. Also, das heißt... Ich muss selber überlegen mal. Ich hau jetzt... Ich weiß nicht, wohin die wachsen. Was passiert, wenn ich das hier mache? Nee, mach mal, mach mal, mach mal. Komm, ich mach jetzt einfach mal jedes zweite Feld. Ja, zufalls. Ja, irgendwie würde es schon funktionieren. Haben wir noch Gravel dabei? Wir müssten doch noch Gravel dabei haben, oder nicht? Nee, ich sehe keinen Gravel. Gut, dann... Aber, guck mal, die FPS-Einbrüche sind da. So, ähm... Was wollte ich machen? Gravel. Gravel. Ähm... Gravel habe ich doch irgendwo hier, habe ich doch gesagt, in der Probeaufnahme. Hier ist... Kies. Kies, ja. Schmeiß weg. Brauchst du nicht, den Scheiß. So. Ähm... Und dann... Ja... Da muss noch... Oder du machst den Zaun ein. Na, nee, nee, das war zu viel Arbeit. Äh, wo haben wir denn jetzt... Hier dann noch ein bisschen Ding, ein bisschen Holz. Ich glaube, da noch ist es, hat man noch genug, damit wir uns hier... Das Gatter reinpflanzen können. Äh... Ja. Doch, das machen wir. Weißt du, wie man ein Gatter macht? Ja, weiß ich. Aber warum habe ich gerade so miese FPS-Einbrüche? Jetzt haben wir... Jetzt haben wir wieder 100 FPS. Krass. Okay, ähm... Okay, pass auf. Das Probeauf-Example kommt jetzt, ja. Jetzt zeige ich dir mal, wie man... Äh... Wie man hier Dings baut. Gatter. Folgendes. Also. Mannennehme. Stock. So, Moment. Zwei. 29 in einen fest. Warte, lass mich. So. Da und da und da. Und hier dann... Na. Na. Und wie geht ne Redstone-Torch? Ne Redstone-Torch geht mit, äh... Mock mich nicht. Hast du mich eben gehauen? Nee. Nee, 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 nee. Das war... Hör auf, mich zu kitzeln. Hör auf. Äh. Ähm. Kitzeln. Ist scheiße. No. Ja, jetzt machen wir Dinge, von denen ihr gar nicht... Sätze wieder auf. Nein, hör auf, bitte, Kitzeln. Nein. Wo ist denn jetzt hier eigentlich? Na. Ich muss dagegen Stand halten. So, sieht doch super aus, oder? Oder was hältst du? Da vorne. Vielen Dank.